Hier vorgehend Steiermark, Einsatzbuffet für die Freiwillige Feuerwehr Böllauer, Einsatzort beim Tag der Offenung im Büro der FF Bölle, der Schmiedklasse 5.73, Einsatzgruppe unbekannt, Gottes Kreuz bereits angefordert. Und jetzt schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, was da heute für einen Einsatz anstatt ist. Also vielleicht können die Besucher unserer Veranstaltung mithelfen, unser Atemschutztrupp sucht jetzt eine vermisste Person. Vielleicht muss der Atemschutztrupp da ganz genau schauen oder das genauer bekunden. Ich glaube Richtung Fahrzeughalle geht's. Ich bin bei der Gael, das ist ja, wir sind so rein. Ich bin bei dieser Gael, da geht's mal auf und ich weiß nicht. und was ist das gelocken? Ein Gerichtes Torx Ich bin schon jetzt schon neuer geworden. Ich habe sehr viele Höhen und Tiefen mit ihm durchgelebt. Und 2016 und 2019 war eigentlich auch der scheinste Jahre. Mit der Felix erfreut bin ich bis zu 2019. Mit dem Lareds erfreut bin ich jetzt schon nicht. Ich möchte dich jetzt schon auf dem neuen Fahrrad machen. Grazie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.